Der hat mich belebt. Jesus ist an meiner Seite. Der wiederbelebt ihn halt mit 20 Lebenspunkten oder so. Jesus! Jesus! Du hast Munition. Viva la Munition! Oh, Kronate! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Boah, die sind ja fuck viele, alter! Oh, shit! Da hinten auch, da hinten auch um die Ecke. Scheiße, ich bin tot! Der hat einfach so gesteht. Ah! Das hat mir zumindest bei mir so gehört. Pew, pew, pew! No skills snipers. Nein, ich den drehe nicht mehr. Ich hab' den anderen, der war fast hohen. Oh, shit! Die kann von deinen Seiten nicht. Kann dir leider nicht helfen, momentan. Einfach mal ein bisschen irgendwo reinflamen. Dann wiederbeleben. Oh, der D-Black! Legs to me hat mich schon wieder gequillt. Von wo aus? Der steht da, das ist unmöglich. Der kann mich von da hinten nicht töten. Wenn der ist ein Leader. Wenn er's gemacht hat, dann kann er's auch. Ich hab echt gedacht, der führt die ganze Liste an. Da bringe ich mir das Gefühl, der Hack ist. Oder ich hab irgendwas nicht ganz gestanden. Oh, shit, da muss ich runter. Oh, fuck! Ich hab' den animiert, bin aber selber noch draufgegangen. Oh, jetzt hab' ich noch nicht einen Kill und bin dreimal gestorben. Das ist wie verarschend. Das ist... Der ist Dreckspiel! Das liegt nur beim Spiel. Ich hab' die. Ich hab' keine Ahnung. Scheiße! Oh, Skiller! Oh, ich muss unter! Überlebe! Überlebe! Ich hab' dir ein neues Leben geschenkt. Nutze es für das Gute. Oder so. Ich mach' zwar viele Punkte, aber keine Kills hier. Ich kenn' die Mac halt echt nicht gut. Und mein Aiming ist halt für'n Arsch. Boah, shit, da geht ja alles hoch. Was haben die bitte für ein Problem? Immer muss man alles hier mit Gewalt lösen. Man kann doch einfach mal miteinander reden. Echt so, ne? So, reanimiert, geht er raus, geht er raus, geht er raus, genau! Meine Fresse, einmal Midi-Pack hier oben. Komm her, blöder Wichser! Ich hab' ihn leider nicht getötet, aber tot ist er trotzdem. Ah, kann da irgendjemand ein Ammo-Pack hinwerfen? Gibt's ja nicht. Ja, warte. Brauch' vor allen Dingen Granaten. Ja, ich auch. Ja, dann schmeiß' mal. Da gibt's echt Punkte für. Hab' ich nicht. Ja, du nimmst kein Ammo-Pack mit! Hab' ich! Oh, jetzt gibt's einmal Blind-Ganate! Kostenlos! Freihaus hier! Woah, shit, Kanate! Woah, shit, 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 shit! Komm, gib' ihn, gib' ihn, gib' ihn! Lauf' mir halt voll vor den Flinte, Alter! Die brennt halt alles, Alter! Ja, hier geht auch alles hoch! Nein, da ist der Granaten! Einmal Midi-Pack wieder. Ah, da mörsert irgendeiner! Boah, shit, 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 shit! Einmal Midi-Pack dazu! Blend-Granate! Zweite Blend-Granate! Und rein! Mini-Pack! Reinlaufen! Kommt, Leute! Deckung! Boah, shit, die kommen von da hinten! Komm schon, bleib' da unten! Undbleib, 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 undbleib! Ah, shit! Einen hab' ich, aber den anderen nicht! Mr. Liberation hat mich getötet! Nein, nein, nein! Jetzt hab' ich 1 zu 4, Kanate! Aber viele Punkte! Ah, shit, vielleicht ist die Runde vorbei! Wir haben verloren! Wir haben verloren! China hat verloren! Das kann nicht sein! China, die neue Welt macht! Ah, ich hab' ne neue Waffe freigeschaltet! Oh, ich bin 13, doch! Mit 1 zu 4! Wie das aussieht! Ich war halt echt fast nicht am fighten! Ich bin 18, da mit 9 zu 3! Ja, siehst du! Ich hab' halt echt fast keine Kills gemacht! Aber ich war trotzdem hilfreich! Ich hab' wieder Belebung gehealed! Hoho! Ich bin der Medic! Yeah! Ich werde jetzt in der nächsten Runde einfach mal so ein bisschen Bonus, so, keine Ahnung, so 25% oder so EXP draufhauen! Oder ne, ich hab' so große Teile, ich kann eigentlich auch ein bisschen größeres draufpacken! Ich mach' aber beim Team-Deathmatch, wenn ich's mal wieder mache, in dem einen Teil da, äh, weiß nicht genau, wie's heißt, ne? Du bist jetzt im Gegner-Team! Echt jetzt? Ach, komm! Warum denn? Ja... Kann man nicht Squad-mäßig verteilen? Ein schlechteres Squad hierhin, dieser Squad dahin? Das würde viel mehr Sinn machen, ne? Nö! Einfach so, du spielst mit Freunden, aber du darfst nicht zusammenspielen! Nein! Wollen wir nicht! Wir wollen hier nicht, dass ihr Spaß habt! Alles, was dir keinen Spaß bringt, ja? Wenn ihr nämlich gegeneinander spielen wollt, spielt ihr in einem Team! Immer! Du wirst niemals zusammenspielen! Ich mein', zumindest das Squad kann man ja noch tauschen, aber das Team halt nicht selbst! Ja! Ist das so lächerlich? Ah! Hier ist Golmud! Boah, Alter! Ich muss einfach Mörser nehmen hier! Äh, ich auch! Das geht einfach nicht ohne! Nein! Also doch eigentlich schon! Das ist so geil hier zu Mörsern! Du hast keine Ahnung! Hier versteckt sich von einer zur anderen Seite hin! Und du kannst einfach alles wegmörsern! Machst so Punkte damit! Das ist dann langweilig zum Spielen eigentlich! Aber ich will Punkte machen! Bist du schon drin? Ja! Mich nicht! Mich hasst's mal wieder! Ah! Ich hab' bei mir MSI Afterburner oben links diese Anzeige drin! Haha! Shit! Die überblendet jetzt natürlich alles nochmal! Egal! Dann ist sie halt mit drin! Was soll's! Ähm! Boah! Ich weiß nicht genau! Soll ich's nehmen oder nicht! Ähm! Ach komm! Ja! Ich nehm's! Einmal Mörser mitnehmen! Gibt's kostenlos dazu! Da geht er! Ah! Aber wir haben die Textur noch nicht geladen! Hm! So! Ab jetzt geht's los hier! Oh! Shit! Da kommt genau einer! Shit! Wie kann ich nochmal hier raus? Ich weiß nicht mehr wie ich da raus kann! Alter! Äh! Wie geht das nochmal? Fuck! Fuck! Ich weiß es echt nicht mehr! Ich bin tot! Ich wurde gemessert! Also ich weiß nicht wie ich aus dem Mörser nochmal rauskomme! Mit eh! Du! Ich seh's so auf der Map, dass er näher kommt! Ich seh's! Ich seh's! Ich seh's! Ich sollte eigentlich eher ein Let's Fail aufnehmen hier! Ja! Klar! Gott sei! Komm! Stirb alter! Leck mich doch am Arsch! Ah! Ei ist tot! Ich bin jetzt schon zweimal gestorben! Das ist ein guter Anfang würde ich sagen! Ja! Kaum besser machbar! Watch out! Don't go there! Get back here where we need you soldier! Don't! Watch out! Don't go there! Go there where you need the soldier! Ich verkriech mich jetzt in die letzte Ecke! Wie kann der? Was? Wie? Alles ist möglich! Komm schon! Komm! Da hinten sind Punkte machbar! Ja! Ne! Ich hab ihn halt getroffen! Woah! Shit! Hier ging ja gerade alles hoch! Scheiße! Ich bin tot! Vom Sniper von 5000 Kilometer Entfernung! So ne Scheiße! Aber auch! Ne ne ne! Ne ne ne! Oh shit! Da hinten war wieder einer! Boah! Fuck! Ich bin wieder tot! Ich bin einfach viel zu schlecht im Battlefield! Das ist echt so! Ich kenn keine Map eigentlich ansatzweise! Und ich hab wirklich keinen Skill in dem Spiel! Aber dafür hab ich viel in FIFA! Hehehehe! Äh! Das ist leichts aus! Runter! 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 Oh shit! Die sind genau gegenüber! Die sind 5 Meter entfernt! Oder so! Ganz da hinten hat's einen! Komm schon! Den treff ich! Komm! Ich hab nicht einen Kill gemacht! Boah! Fuck! Das ist doch nicht mehr! Boah! Shit! Hier reißt das ganze Haus bald ein! Ah! Mein Mörser ist am Arsch! Einmal Medi-Pack! Äh! Medi-Pack! Genau! Ich steh so offen da oben! Hahaha! So leicht zu treffen! Ich mach ihm gar keinen Schaden! Ich bin wohl der schlechteste Battlefield-Spieler dieses Planeten! Ja! Ich bin auch noch da! Ja! Aber du bist nicht schlechter! Garantiert dich! Nein! Es gibt nur eine einzige Map wo ich Punkte mache! Und zwar viele! Auch durch Kills halt wirklich! Scheiß auf Killen! Und das ist Team Deathmatch auf Operation Locker! So! Ich rasiere jetzt ein bisschen Sniper! Komm! Oh! So ne Scheiße! Ich erwisch die immer! Ich seh! Okay! Ich hab sie getroffen! Nur gekillt hab ich sie nicht einmal bisher! Machst du jetzt Sniper? Nee! Äh! Mörser! Ist grauenhaft schlecht momentan! Nicht mal mit Mörser treffe ich was! Eigentlich müsste ich echt Snipern hier! Aber Snipern kann ich auch nicht! Ich kenn gar nichts! Also es ist egal was ich nehme! Ich hab null Skil hier drin! Ich weiß nicht wie die Bewegungsabläufe gescheitert sind! Ich kenn gar auch nichts! Aber ab und zu treffe ich mal was! Ich auch! Aber dann auch mal richtig mit Glück! Ich bin wieder tot! Aber gut! Hier kam auch eine mit ner Stroesslinte! Da hab ich dann noch wenig Chancen! Boah ey! Was soll denn der Geiz? Boah! Ich muss was anderes spielen! Aber ich weiß nicht was ich spielen soll! Macht doch alles keinen Sinn! Mein Leben macht keinen Sinn! Aufklärung? Ach komm! Aufklärung! Was solls! Ich kann das halt gar nicht! Da hinten hat's einen! Ganz da hinten! Zack! Komm schon! Nichts zu sehen! Boah! Die müssen doch hier irgendwo sein alle! Boah! Shit! Ich bin tot! Hahaha! Schon wieder hat mich so ein scheiß Aufklärer gekillt! Die natzen einen so schnell um! Ich mach hier gar keine Kills! Keine Punkte! Kein gar nichts! Hey! Ich wurde wiederbelebt! Boah! Irgendwas ist im Skype los! Hörst du's? Ja! Ich bin zu schlecht! Ich bin zu schlecht! Oh shit! Das ist wie Hartz-IV-TV! Weißt du? Leute die halt Hartz-IV-er sind! Die fühlen sich halt! Nein nicht alle! Aber manche fühlen sich halt scheiße! Denken so! Okay! Ich bin Hartz-IV-er! Kacke! Und dann schauen sie Hartz-IV-TV und sehen! Oh! Es gibt Leuten noch schlechter als mir! Und es ist jetzt für schlechte Battlefield-Vier-Vier-Spieler mache ich das hier! Die denken sich, boah bin ich schlecht in Battlefield und dann sehen sie mich und denken, boah so schlecht bin ich auch gar nicht! Nein doch nicht da hinten! Alter das kann alles nicht wahr sein! Alter das läuft gar nichts! Ich werde gleich wieder Aufklärer wechseln! Ich bin grad Aufklärer! Das läuft auch nicht! Ich bin auch Aufklärer! Das läuft halt echt gar nichts! Boah shit! Jetzt stirb endlich! Gut so! Komm! 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 Ich bin mal nachladen! Freiwillig sterben werde ich nicht! Scheiße! Ich bin tot! Fiel zu schlechter Sniper bin ich dafür! Ich wird bei allem schlecht! Nicht nur beim Sniper! Mein Beileid! Ich werde auf Stumm-Soldat wechseln. Wird zwar nicht besser, aber schlechter auch nicht. Ich habe jemandem reanimiert, ich habe jemandem mein nächstes Leben geschenkt. Der geht da um die Biegung. Nein, das ist einer von uns. Oh, das tut weh. Oh, Shit, da hinten sind so viele. Gib ihm. Ich laufe rein, ich laufe rein. Ich bin tot. Von einem Griechen getötet. Der schuld mir vielleicht noch Geld. Ah, Autobalancing kommt in Kürze. Obwohl wir eigentlich die bessere Mannschaft sind. Mich wird man hier lassen, glaube ich. Gib ihm. Gib ihm. Was, ich habe einen getroffen? Nicht getötet, aber getroffen. Ich habe da gar niemanden erwartet. Hm. Shit, der ist nicht tot. Shit, 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 shit. Alter, ich schieße 50 Mal auf seinen Kopf. Was soll ich denn noch machen? Er hat noch 30 Gesundheit übrig. Tja. Und jetzt ist er tot. Ich kriege trotzdem keine Punkte. Ich habe es nämlich nicht verdient. Du musst dir im Leben die Punkte auch wirklich verdienen. Ansonsten bekommst du sie nicht. Hm. Ich bin zum Heulen, ey. Boah, fuck, da hinten haben wir einen. Ich habe keine Hilfe. Gerne. Ich habe die Omi gekillt. Ich will fast eine Furious 7 sehen. Ich habe schon angeschaut. Mega geil. Nein. Nein, sie kommen. Von überall. Ich bin dort. Ich musste nachladen. Keine Chance. Aber ganz ehrlich, das ist nie gegangen. Aber was ist denn im Kino? Sagen wir mal ja. Kinox? Nein, Kino. Kino. Psst. Ruhe. Ist es gute Qualität im Kino? Im Kino ist es eine relativ gute Qualität. Ist auf jeden Fall bedeutend besser als die letzten, finde ich. Ich fand die letzten irgendwie nur noch so. Baaah. Weiß nicht. Ich stehe auf die ersten. Baaah. Genau, die ersten beiden waren richtig geil. So sind sie nicht. Aber sie haben was anderes. Vom Gefühl her sind sie ein bisschen anders. Boah, da hinten läuft einer. Da hinten läuft einer. Da hinten läuft einer. Nein, der tötet mich auch. Nein, das ist ein anderer. Ja, okay. Aaaaah. Aaaaah. Nicht gut. Ich bin entgeistert. Ich glaube, ich habe zwei Kills mittlerweile in unser Zimmer geschoben. Ja. Ja. Läuft, ne? Und die zwei Kills, die waren eigentlich nicht gerade skillvoll. Oh Mann. Ist ungefähr so, als würdest du eine Schnecke zertrampeln. Das stimmt. Irgendwie kann der nichts machen. Ich schmeiße einfach irgendwo meine Blindgranaten ein bisschen rein. Ah, da hinten kommen sie. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Ah, da hinten kommt einer. Boah, stirbt doch endlich, du verdammte Affe. Oh Mann. Ich schaff's einfach nicht. Oh Mann. Ich weiß. Ich muss jemanden wiederbeleben. Hier hat jemanden zu wiederbeleben. Ich habe jemandem mein neues Leben gespendet. Ich habe meine Granaten noch einschmeißen. So spät. Mir reicht es jetzt mit dem Failen in Battlefield. 400 zu 255 ist immerhin gewonnen. Ich meine, war doch gut. Ich lache mir den Arsch ab. Auf welchem Platz bin ich denn? Auf Platz 21. Äh, wo ist es denn?